Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen Out of Map Glitch zeigen der immer noch geht auf der Map der Final Reich. Was ihr machen müsst ist bis zum Pega Punch runter alles aufkaufen. Und wenn man jetzt da diese Strasse runter läuft bis zum Pega Punch ist da ja links diese Falle wo man aktivieren kann. Ihr müsst euch jetzt da hinlegen und so lange euch bewegen bis ihr euch nicht mehr bewegen könnt also nicht mehr aufstehen. Es steht dann hinlegen blockiert. Wenn ihr dann soweit seid müsst ihr euch selber töten oder die Zombies töten euch schnell. Ich in diesem Fall hatte keine Granaten dabei und die Zombies mussten mich töten. Euer Kumpel muss jetzt auf dieser Seite rüber stehen und muss genau so stehen wie er da steht. Macht das einfach so im Video nach und dann klappt alles. Was ihr jetzt seht ich werde gleich unter die Map geschossen und da unten habt ihr jetzt God Mode aber auch nur an Teilorten. An Teilorten hat man auch kein God Mode und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.